Denkt dran, Leute, unbedingt, wenn ihr uns abonniert, unbedingt hier diesen Haken reinmachen, unbedingt hier draufdrücken und dann aufspeichern und dann seid ihr super cool! So, Servus und Herzen Willkommen zu Koff, den Anonymous-Klan-Kanal, ich bin jetzt der Blaze hier und heute mal mit einem etwas schnelleren Kommentar, weil ich muss heute, oh, ich bin so ein Spast, ne, aber dazu komme ich gleich erstmal. Auf jeden Fall im Hintergrund seht ihr gerade ein richtig heftiges Gameplay, nämlich, äh, ne Double Nuclear mit dieser neuen Farmers, jetzt hab ich halt schon ihren Namen vergessen, aber jubt mich auch wieder nicht. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich alle weh, die heißt, ich zocke jetzt zwar nicht mehr so viel BO3, ja, weil ich mich jetzt so im Real Life ein bisschen mehr betätige, ach, scheiß drauf, auf jeden Fall, ich muss heute das Commentary, ich mach das jetzt einfach gerade first try, weil, ähm, ich wollte das eigentlich jetzt eben so um, äh, ein bis zwei Uhr machen, dann kam's dazu, dass ich dann geschnitten hab und, ja, wer es mir nicht glauben will, ich bin einfach auf dem Stuhl eingeschlafen, ja gut, ähm, ich hatte anscheinend dann zu wenig Schlaf, ähm, ja, ich bin auch auf dem Stuhl eingeschlafen, das schafft nicht jeder. Äh, und, ja, äh, dann stehe ich heute auf und, ja, jetzt hab ich in ungefähr einer Stunde muss ich zu meiner Oma da Hasen mähen und danach, äh, ungefähr in einer Stunde muss ich zu einem Fußballspiel, haben wir das auch unter uns, ähm, wer auch um wen auch immer das jetzt interessiert hat, ich wollte halt gerade nur meine Lage so ein bisschen erzählen, nur, ähm, ich hab mich halt so selber, ich hab halt so selber gesagt, ja komm, wenn jetzt kein Kommentatorer Zeit hat, weil die, ohne Scheiß, dieses Wetter draußen, das ist ja mal, pfff, das ist ja mal abnormal, man, das ist abnormal gut, alter, das ist richtig heftig, auf jeden Fall, äh, ich mein, deswegen, das Thema, was ich vielleicht heute nur so ein bisschen drüber reden könnte, aber halt so ein bisschen die Zeit, so ein bisschen alles voll zu bekommen, nämlich, äh, das geile Wetter, ähm, ich hab auf meinem Kanal jetzt auch so gemacht, ähm, ja komm, ja, gib mir auch ein Video, ich hab eigentlich immer so gesagt, ja, hab tausend Abonnenten, mach ich auch dann Facecam und sowas, zeige mich und so, ja, und, ähm, jetzt hab ich mir gedacht, hier, komm, ich mach so, ich spiel kaum BO3, was soll ich denn jetzt noch dazu machen, und, ähm, es, ich bin nur noch draußen, weil dieses Wetter einfach so abnormal geil ist, dachte ich mir, komm, ich mach ein Video, gib mir darauf 100 Likes, was wir auch geschafft haben, und ich, äh, fang an mit Real Life, und ich dachte mir, es passt viel besser, wenn ich jetzt sowieso nur noch draußen bin, dass ich das damit kombiniere, und ich mein, ich mach auf YouTube auch nur die Sachen, die mir gefallen, und deswegen hab ich das ja auch gemacht, und, ja, das war's eigentlich so von mir, ähm, man, ich habe heute nur wieder eine Scheiße, aber wie gesagt, ich muss das grad First Try aufnehmen, weil ich das ja jetzt noch schneiden muss, ich krieg da wieder absolute Scheiße, aber wie gesagt, das Wetter ist einfach so geil, ich wollte jetzt eigentlich, das auch schon gestern, wie gesagt, aufnehmen, und ich eingeschlafen, Digga, jetzt wiederhole ich mich die ganze Zeit, ja, auf jeden Fall, ich geh doch auch davon aus, dass die ganzen Kommentatorinnen drin, ähm, einfach keine Zeit haben, und, das halt daran liegt, ja, was soll man machen, ne, äh, ich mein, man soll so ein Wetter auch besser ausnutzen, man merkt das ja auch schon, äh, an den größeren YouTubern, wenn man, wenn da jetzt mal einer mehr hochlädt, äh, oder wenn da jetzt mal einer mal weniger hochlädt, das mit, also ich merk das ja selber so, wenn ich heute Abend, wenn ich abends mal YouTube gucke, anstatt 10 neue Videos, seh ich nur 5 neue Videos, weil die Leute halt auch mehr draußen sind, ganz logisch halt, ne, ich mein, es macht ja auch Bock, man muss auch, ist einfach geil, ne, also, so, jetzt hab ich gleich meine 4 Minuten Marke erreicht, ähm, ich würd sagen, das war's dann auch schon von mir, wenn euch dieses Kommentar nicht von mir gefallen hat, naja, war jetzt nicht so das Beste von mir, weil ich das grad first try aufnehmen muss, vielleicht kann ich das noch ein bisschen zurecht schneiden, ich weiß ja nicht, meine Nase ist auch ein bisschen zu, deswegen klinik grad wie ne kleine Schwuchtel, naja, passt ja schon, äh, auf jeden Fall, ich würd sagen, schaut beim Gameplayerspieler vorbei, auf jeden Fall, das ist ein richtig heftiges Gameplay, richtig heftiges Gameplay, einfach mal vorbeischauen, ich glaub, da war auch eben grad, wo ich geguckt hab, kurz vor 500 Abonnenten, guckt einfach mal vorbei, macht die 500 Abonnenten voll, das wär richtig heftig von euch, und ich würd sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.